einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren projekt auf diesem kanal ja ich werde dieses jetzt play tatsache auf fitnessfloh hochladen und ja ich habe hier drei städte ich hoffe der macht ihr was ich die habe ich mir selber erstellt die funktioniert aber leider nicht und wir reisen nach schönsichtigen ja das wollen wir uns gar ja wie schon im video gesagt habe ich jetzt habe ich gerade gesagt der ist abgekackt er hängt aber soweit nix okay wir haben hier ein paar fröhlich ach die sind doch oder ich habe hier ein paar sims erstellt also wie mit ihr werden welche gleich spielen ist die familie singer familie song traumtänzer hier unten ist familie grusel die familie fröhlich die habe ich aus familientonne rausgeholt und auch ein regenbogen cool und ja hier ist familie hübsch wer auf den namen hübsch kam also ja ihren park hier die hauptstraße ich werde dieses spiel ohne erweiterung specs spielen und ich habe sie zwar kann aber leider nicht spielen mit den erweiterung specs spielen aber egal hier ist unsere liebe penny und wir werden jetzt einfach mal spiele ich hoffe es funktioniert ohne dass der mir jetzt hier abstürzt oder sonst was aber das macht mir nichts ja die ladezeiten für diese ladebalken sind immer echt lange aber macht ja nichts so hier ist aber die panik panik ich habe es glaube ich falsch geschrieben aber es ist nicht schlimm spaß brauchst du kannst du eigentlich mal nächstes lied konntest du hier nicht gerade noch tanzen macht egal ok freunde habe ich ein telefon aber ich hoffe es funktioniert jetzt einfach wie ich es vor so wir werden mit dieser lieben penny oder panik ist auch egal ich nenne sie einfach penny weil soll penny jones heißen ja so wenn ich mir jetzt ein telefon kaufen könnte mache ich aber später ja noch mal schneller hier dass dein spaß hoch geht so dann kannst du du brauchst freunde den eisempernachbar hier aufgetaucht glaubt er nicht dann kannst du mal die zeitung erinnerung ob sie einen job hat nein sie ist arbeitslos dann besorgen wir dir eine job neu zu hause job suchen da oben steht noch job suchen also dieses spiel habe ich früher echt gerne gespielt und ja dann werden wir jetzt einfach gucken was wir was möchtest du werden faulen zackert schade faulen zackert 126 pro tag 5 bis 10 uhr er ist eigentlich gut habe ich haben wir ja die ganze zeit zum spielen danach cool so ach der wunsch hat sich erfüllt das super möchtest du haben eine bar kaufen also das haus habe ich mittlerweile nicht so eingerichtet was habe ich ihr geholt ein bett die anlage und den kühlschrank also hier stand vorher nur das hier ich weiß nicht wieso hier so eine beknackte lücke ist also da aber egal ähm so Hunger kannst mal die Toilette verwenden kannst das hier nicht säubern kannst mal ein Getränk danach holen einige Nachbarn sind vorbeigekommen um dich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen ja ist der Benjamin bestimmt von der Familie Singer ist der warte werden wir doch gleich gucken ja dann ist der Benjamin Singer cool ähm wenn ihr euch fragt warum Singer äh ähm wenn ihr Tyra Finn kennt ähm sie hat ja auch mal ein Sims 2 Let's Play gemacht und oh Gott so die alle noch einmal begrüßen Benjamin Singer ja Benjamin Singer begrüßen wir begrüßen alle und ja ich trau mich jetzt nicht in den Baumodus zu gehen weil ich Angst hab, dass die Aufnahmen ja gleich abkackt ähm ähm eine Bar kaufen wir brauchen Telefon und Computer ähm ach kann man die Lautstärkirchen nicht irgendwie ändern und dann alleine tanzen alleine tanzen oh dieser Hugo ne ich mag den nicht egal mit welcher Familie ich gespielt hab immer dieser Hugo immer dieser Hugo taucht hier auf ähm warte mal ärgern beleidigen streiten nerven komm wir nerven Hu immer vielleicht kommt der da nie wieder äh 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 streiten äh 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 beleidigen finde ich eigentlich immer so geil aber dann äh irgendwann kloppen die sich hier auch Hu shut up bitten zu gehen Hugo ich mag den nicht äh boah jetzt hab ich grad gedacht der hat sich auch hallo die Aufnahmen geht so wieder sieben Minuten perfekt und diese Babs komisch äh immer stehen die beiden hier ja jetzt eigentlich nicht so aber immer hier Hugo und Babsi hau ab äh äh schnell Flamia es wird nicht nein weil ich kein Erweiterungspack hab ähm kannst du Mittagessen ach dir mal ein Sandwich ey du sollst dich von dem verabschieden ach hier kommt dieser Mortimer Grusel hoffentlich versteht man den Ton auch wenn nicht dann haben wir halt Pesch gehabt nach der Folge gehe ich kurz in den Baumodus um äh ein paar Sachen zu besorgen wie Schreibtisch, Computer und so weiter und so fort äh die Aufnahme läuft immer noch perfekt super äh ja dann kannst du danach noch kannst du schneller kochen bitte so so du isst gerade fein also ich hatte eigentlich hier äh hier unten ist ja diese Videokamera wollte ich damit aufnehmen das ging zwar erstens war das Video zu klein und zweitens viel zu verpixelt also wo hast du wo möchtest du hin du kommst jetzt bestimmt wieder einfach in meine Wohnung ja toll du okay okay auf Toilette gehen darfst solange du nicht hier in meinem Bett schläfst ja mit ihr werden wir dann halt nochmal ein bisschen spielen ich hoffe ähm das läuft soweit ähm ich bin jetzt nicht sicher ob ich in den Baumodus gehen soll um ein Taxi zu rufen aber ne ich bin mir nicht sicher geh weg sonst mal ich soll Kreuzworträt kannst mal Kreuzworträtsel lösen oh was ist los kommst du nicht in mein Haus hast du Pech gehabt musst du draußen verhungern ah jetzt auf einmal kannst du die Treppen hochgehen überkloppte Babsi ähm ähm eine Frau oh mein Gott was ist los mit dir Mann geh nach Hause Mann geh zu deiner Familie geh zu deinem Sohn der braucht dich der hat eine neue Freund ja ähm wir wie schon gesagt ich spiele ja auch privat und er hat einen Sohn eine Tochter und eine Ehefrau die Frau äh ja bis später ja ja auf Wiedersehen geh geh mit Gott zu Mittagessen TV ja von mir aus kannst du es machen hier zu mal mit ihr werden wir dann vielleicht äh irgendwann wenn äh das soweit klappt äh einen Freund suchen ich kann auch einen Freund erstellen den hier in der Nachbarschaft einziehen lassen ähm ja aber wenn ihr keine Musik hört dann liegt da gerade mal da dass ich kein Kopfhörer aufhabe aber das stört ja keinen äh mich stört es auf alle Fälle nicht weil ich mag es eigentlich überhaupt nicht mit Kopfhörer aufzunehmen egal so mit wem ist man eigentlich alles befreundet äh mit Benjamin Hugo und dieser komischen Prabsi der hier ne ich weiß nicht wenn ihr die Sims 2 habt dann müsst ihr bei dem auffassen der läuft euch dann hier halt äh um das Haus rum und stalkt euch oder kommt einfach vorbei äh ohne anzurufen ohne sonst was kommt einfach vorbei und äh stalkt euch halt weil das da ich hatte das Haus schon mal ähm mit einer anderen Familie also äh der stalkt richtig der ist richtig extrem jetzt muss ich gerade gucken wo die scheiß Tasten sind äh kannste hier mitmachen trainieren mit da mittanzen hast ja auch mal ein bisschen Spaß am Anfang musste ich mich mal wieder hier in die Steuerung reinfinden ich hab das Spiel schon mal gehabt äh es ist mega ich find's eigentlich total cool oh verstehst du dich nicht mit dem oh Pech gehabt oh oi oi so ich glaub er steht auf sie aber sie will bitten zu gehen unterhalten wegscheuchen mit tanzen zusammen tanzen ihr sollt zusammen tanzen und euch nie unterhalten die Kumpenvögel also in der Folge passiert ja nichts spannendes ähm da er pfeift schon äh warte halt bitten zu gehen Hugo das hab ich eigentlich vorhin schon gefragt ah nicht aufhängen please ah jetzt tanzen die zusammen und so so ja hau ab ja geht doch dann kannst du eigentlich auch gehen oder möchtest du nicht gehen was möchtest du plaudern ja dann plaudert oh ich seh dass du ganz dringend unter die Dusche musst kannst du das hier noch verwenden dann kannst du das ausschalten Hunger hast du jetzt nicht und danach kannst du schlafen gehen wie immer dieses Kniss äh klack 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 hört ist da meine Taste drücken ich brauche eine Reihe dann kannst du das mal auch mal dann kannst du das mal schlafen gehen auch mal schlafen gehen ich bin da ja auch mal schlafen jetzt mal so So, meine Lieben. Das war's von der Folge jetzt. Also hier ist nochmal das Haus. So, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns dann halt in einer nächsten Folge wieder. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat und ihr mehr davon nehmt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen, euer Fitnessflo. Das war's von der Folge.